Guten Morgen euch allen! Warum seid ihr Slimes? Warum seid ihr draußen? Ah, die haben Hunger. Äh, Hühnchen? Das wollte ich das Teil mal ab, was soll? Das war hier alles ab oder so? Ich lass mal, dass das nächste Geh gab, was soll? So, wie viel Sinister drin ist? So, hoffentlich reicht das jetzt aus, um das nächste Gehegel zu holen. Ich hoffe, wir schaffen das wieder. 6 Gehegel, die Pogo-Früchte. Und dann mache ich die Hühner fertig. Äh, warum ein Garten? Genau, so. Und die restlichen Früchte, die kann ich hier eigentlich reinlegen. Und F-Hühnchen. Okay. Na gut, wie gesagt, wir was sammeln. Wie geht es jetzt in diesem Part? Dass wir wunderschön sammeln erstmal. Karotten brauchen wir ja nicht mehr so sammeln jetzt. Das letzte Nachteil ist die Gegner. Wow. So. Das pinke Teil. Gut. Pink-Port. Blirrt. 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 Wir sind... Offiziell... Ja, ich sag's nicht raus. Aber ihr wisst schon was. Die Hühner brauchst du. Elf steckt davon. Elf Hühner brauchen wir. Hühner. Hühner, 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 Hühner. Ah, wir brauchen noch Hühner. Zusätzlich Hühner. Jetzt haben wir noch mehr Hühner auf. Weg da. So gut. Ich brauch nämlich noch mehr Hühner, damit ich meine füttern kann. Komm her. Ich muss einsammeln. Danke. Nein. Nicht das Hut fressen. Boah. Verdammt. So. Ich brauch jetzt noch ein paar Hühnchen. Da. Elf Hühnchen. Dann würd ich ja gucken, was da passiert. Neun Stück haben wir schonmal, das ist gut. Und wo ist ein Gegner in der Nähe? Ja, seht ihr gerade schon Da hab ich gerade einen Gegner gesehen Ich weiß aber auch noch nicht, was das für Leute Für Teile sind Aber trotzdem brauch ich noch zwei Hühnchen Elf Stück So Hühnchen, Hühner, Hühner, Hühner Warum greifst du mich an? Ich hab dir nichts getan Lach nicht so Ich hab dir nichts getan Äh, da seid ich lieber nicht runter Okay Ah, die Gegend kannst du denn vergessen Dann werden wir eine weitere Stami erhalten So, sind die Hühner schon nachgespawnt hier? Ich könnt ein paar Hühnchen gebrauchen Ich brauch noch zu ältliche Hühnchen, um meine Katzen zu füttern Wui So, gut Also Ohne ein paar Zeit ist, drei behalte ich Elk kann sicher sein, drei Hühnchen behalte ich Weil das ist für meine Katzen Damit die gefüttert werden können Boah Okay Eins Zwei Der Rest ist natürlich jetzt rein Komm rein Hohe Mauer muss sparen Nein, das blöd So, ich muss jetzt meins machen Lassen wir's abgeben, alles hier 380, ich hab' ich schon mal Gut So Genau Ich mach die hohen Mauern jetzt gleich So Lass mal wieder das Zeug abgeben Natürlich wieder 500 Äh, hohe Wände Kostet 350 Futterautomat Ich brauch erstmal für die Hühner was Äh, Hühnerstall Genau Das ist das erste, was ich brauch erstmal So, und jetzt weiter sammeln So Jetzt kann ich mal Hühner nämlich fangen Und die da sammeln erstmal Ein paar kleine Hühnchen Dann Rooster Sammelschiff Wo ist da ne Zei ein? Ich grad selber nicht Genau Jetzt muss ich mal Hühner sammeln erstmal So So Als nächstes brauch ich nämlich das für die Vorderstelle auch Für die Und das ist das für die Vorderstelle auch So Das ist das für die Vorderstelle auch Ja, komm ein Gestüter, ja Die Vierten herholen Und die kann ich wegschmeißen Das sieht nicht aus, die große Okay, was ist hier? Quatratbeere? Okay Aber wie gesagt, ich muss nicht was umziehen Ne, da seh ich Ah, da komm ich noch nicht weiter Da komm ich noch nicht weiter Schade Ah, da hätt ich was Alliab So Das Körper ist verschlossen Huhn Huhn So So, na gut Ich will eigentlich jetzt Hühner sammeln Eigentlich keine Katzen Aber ich kann's nicht sein lassen Ich muss sie sammeln Weil ich brauch Kücken Äh, ich muss grad gucken Ich brauch mal die Hier kommen die Hühner raus Gut Ist hier schon wo So Vorbeischleichen erst mal So, gut Alliab Wir müssen die Hühner nachgespawnt sein, oder? Ne, leider auch noch nicht So viel geht hier Ich kehre nochmal zurück Also Du holst definitiv Das gesamte Gesamten Ja Teile hin Erstmal die Hühner zurückbringen Vielen krass Äh, was Aber wir haben sich doppelt so schnell So Ihr habt Ihr habt einen neuen Mitbewohner So Die Frucht Äh Na komm Corona Ach � Ki Yo ein In Nein, du bleibst hier. Ja, ich gehe dir nochmal Hühner jagen erstmal. Gucken, ob ich noch ein paar Hühner habe. Ey, das ist doch verlockend mit dem Geld hier. Den Schleimtisch natürlich weg, den brauche ich nicht. Die Schleims brauche ich nicht unbedingt. Das einzige sind Hühner, die ich brauche. Wenn nicht, Hühner mal langsam. Wenn die Musik schon gefährlich war, dann ziehe ich mich zurück. Ich nehme mich mit! Komm her! Ja! Phosphor, schneid! Warum freue ich mich auf Phosphor? Ich weiß, was Phosphor ist. Das ist aber nicht sehr gut. Ich brauche ein paar Hühner, ein paar Hühner, ein paar super coole Hühner. So Hühner, ich brauche so Hühner, wo sind die Hühner denn jetzt hin? Ich brauche Hühner, verdammt nochmal Hühner. Nicht so Wasser, sowas brauche ich jetzt nicht. Ich hoffe Hühner. Er hat ja noch eine Nachricht. Aber trotzdem, ich brauche Hühner! Also ich brauche verdammt nochmal Hühner. Warum habe ich letztes Mal Hühner gesehen? Das ist eine gute Frage. Äh, so. Wie groß die sind. Irgendwie gibt's ja irgendwie Spunnycard keine Hühner. Ich weiß nicht, warum. Ich brauche ein paar Hühner. Ich sehe bloß Früchte, mehr ein... Ein Huhn. Mein Huhn. Das ist mein Huhn. Vergiss das. Das ist mein Huhn. Das ist... Das ist... Das ist der Bischütze. So. Wollen wir das mal abgeben und dann... Äh... Okay, falsche Richtung. Falsche Richtung gegangen. Adiab. Okay, da kam das gerade hin und raus. Ab zurück erstmal hier das Pink-Pot abgeben und das andere-Pot abgeben. Hühner? Wo ist das Küken hin? Ah, erstmal das... Erstmal das Zeug erstmal abgeben, was wir erstmal haben. So. Ja, das Zeug sammeln noch alles ein. Ja, ich muss das mal Hühner sammeln wieder. Ich glaube, das mache ich beim nächsten Part. Geht's auf die Hühnersuche. Erstmal Fertisch erstmal. Fertisch erstmal. Erstmal hier. So, den nächsten Erfolg bekommen. Geht doch. Fang! So. So, und rein. Also brauchst du hier die hohen Zäune für die. Das soll ja eine abhauen können. Ja, so ist besser. Du kannst sie nicht abhauen. Und wir haben 280. Ich glaube, der Tisch, die Quadratwärme anzusetzen hier. Ein Garten. Genau. Na gut, wie ihr seht. Das war's vor dem wunderschönen Tag. Vor dem wunderschönen Abend. Und schon weiter zur Verfügung. Na gut, wie ihr seht. Das war's vor diesem wunderschönen Part. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Und ich hoffe, beim nächsten Mal passiert was mehr was. Und beim nächsten Mal werden wir natürlich Hühnersammel für unsere Katzen. Und dann bei den Ranges ausbauen. Und ich hoffe, wie gesagt, das hat euch gefallen. Ich würde mich gerne auf einen Daumen hoch rufen, Freund. Bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen.